Willkommen! Der Juni wird ein heißer Monat werden, nicht nur von den steigenden Temperaturen her, sondern auch astrologisch, energetisch gesehen. Und gerne, gerne würde ich lieber davon berichten, dass wir endlich eine Entspannung erfahren werden. Aber die energetischen Konstellationen, die sprechen noch von anderen Energien. Und wir gehen gerade durch Wellen der Transformation mit Phasen, wo wir die Energien als extrem dicht und schwierig empfinden. Und dann haben wir wieder Phasen, wo es sich leicht anfühlt. Und die Welt scheint im Juni den Turbogang eingeschaltet zu haben. Und was uns erwartet? Dazu gleich mehr. Und ich heiße dich von ganzem Herzen willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn du gerne ein wöchentliches astrologisches und energetisches Update erhalten möchtest, dann melde dich gerne an zu meinem absolut freien, kostenlosen Newsletter. Und ebenso, wenn dir meine Videos helfen, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du diesem Video einen Daumen nach oben schenkst. Was kommt jetzt energetisch auf uns zu? Und wir haben, das erste Feuerwerk entzündet sich gerade bereits, ganz zu Anfang des Monats, und zwar am 1. und 2. Juni. Dort wird die Konjunktion von Jupiter und Rahu, und ich habe davon schon öfters gesprochen, exakt. Beide große Planeten, Rahu ist eigentlich der obere Mondknoten, kein richtiger Planet, aber von seiner Energie her sehr gewichtig. Dort trifft also der obere Mondknoten mit Jupiter zusammen im Zeichen Wider auf 9,26 Grad. Das findet nachts um 2 Uhr 39 statt, aber wir können diese beiden Energien bereits seit Wochen wahrnehmen, dass diese sich immer mehr annähern. Denn Rahu läuft rückwärts und Jupiter läuft vorwärts, und jetzt treffen sie exakt aufeinander. Und ich spreche übrigens von der vedischen Astrologie. Die vedische Astrologie ist ein komplett anderes System als die meist hier bekannte westliche Astrologie. Und diese Konjunktion im Zeichen Wider, die hat zum letzten Mal von Rahu und Jupiter im Jahr 1929 stattgefunden. Dort hatten wir aber nicht nur Jupiter und Rahu im Zeichen Wider genau so ähnlich, wie wir das dieses Jahr haben, sondern ebenso war die Gesamtkonstellation der Sterne ganz, ganz ähnlich. Und 1929 hatten wir den größten Börsencrash des letzten Jahrhunderts. Damals war auch Ketu, Ketu steht für den unteren Mondknoten, der befand sich ebenso im Zeichen Waage wie auch jetzt, und Mars befand sich, er ist geschwächt im Zeichen Krebs. Genau diese Konstellation hatten wir damals auch. Und Mars stand in einem 6,8er Aspekt zum Planeten Saturn. Und die 6,8er Aspekte sind oftmals schwierige Aspekte, wo es um Veränderungen geht, Herausforderungen geht. Und oftmals haben sie zu tun mit Unfällen und auch mit Schicksalsschläge. Das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass wir jetzt den gleichen Event erleben werden, aber oftmals können sich ähnliche Dinge ereignen. Und das bedeutet auch nicht, dass das sofort passieren muss, sondern diese Energien sind einfach signifikant und sie leiten dann oftmals Dinge ein, die wir später erst im Außen sehen können. Ich habe davon gesprochen, dass wir einen ganz besonderen Neumond hatten am 19. Mai. Und wir haben an diesem Tag exakt keinen großen, wie soll ich sagen, Weltuntergang erlebt. Aber das war eine energetische Initialzündung, und die sich eben jetzt weiter mit diesen Konstellationen auswirkt. Und 1929 war es zum Beispiel so, dass diese Konjunktion im Mai stattgefunden hat und die Börse crashte im Oktober, als die Sonne sich dann weiter im Transit befand, im Zeichen Waage. Und deswegen hatten wir fast alle Börsencrashs, die wir hatten, die passierten im Oktober, weil dann die Sonne geschwächt ist und sich im Zeichen Waage befindet. Und wie gesagt, wir werden sehen, wie sich die Dinge ausspielen. Es sind Eventualitäten, es muss nicht immer alles so eintreten. Das möchte ich einfach nur dazu sagen. Aber es ist gut zu wissen, aha, 1929 hatten wir eine ganz ähnliche Konstellation. Und jeder kann dann seine eigenen Rückschlüsse daraus ziehen oder eben auch seine eigene Vorsorge treffen. Wir haben Pluto in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr, an seiner exakten Stelle, erst im nächsten Jahr, 2024, wird genau die Gradzahl getroffen werden, wo Pluto auch steht im Horoskop der USA zur Verfassungsgründung. Und das ist das zweite Haus. Und da geht es um das Geldsystem. Und Pluto steht für eine große Transformation. Und ich bin mir sicher, dass wir alle genau da gerade drinstecken in dieser Veränderung unseres Geldsystems, unseres auch Wertesystems, in ein mehr digitales System. Und Uranus wandert in 2024 in das Zeichen Stier und wird dort für sieben Jahre sein. Und ich denke, dann wird diese Transformation, ja, werden wir sie auf eine deutlichere Art und Weise erleben. Weil Uranus steht immer für Technologie und das Zeichen Stier steht eben auch für unser Werte- und Geldsystem. Aber da geht es wirklich nicht darum, in Panik oder in Angst zu verfallen vor einer Digitalisierung unseres Geldsystems. Es kommt wirklich immer darauf an, was die Menschheit daraus macht. Und da sind wir alle gefordert. Und ich komme gleich noch drauf, warum das jetzt eben gerade so wichtig ist. Wir entscheiden über unsere Zukunft. Und das wir, das müssen wir uns bewusst machen, dass wir uns lösen von diesen pyramidalen Strukturen, wo wir sagen, der da oben hat Macht und der bestimmt alles in ein anderes System hinein. Und in diesem Wertewandel befinden wir uns gerade alle. Und da kommen diese Dinge auf, dass wir Menschen in Frage stellen, die eben Entscheidungen treffen für die ganze Menschheit oder was auch immer das für Verbände sind, die diese Entscheidungen treffen. Und da lernen wir immer mehr zu verstehen, dass wir nicht mehr diesen äußeren Positionen unsere Macht abgeben, sondern erkennen, dass wir etwas anderes wollen und dass wir etwas anderes kreieren können. Und das kann ein gutes System sein für uns alle. Und da gilt es wirklich nicht zu werden und zu sagen, nur das eine ist gut oder nur das andere ist gut. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Im Grunde ist alles erstmal grundsätzlich neutral und es kommt immer darauf an, was wir daraus machen. Wir haben Jupiter und Rahu im Zeichen Widder, aber noch einen anderen wichtigen Planeten oder gerade sogar noch mehr als nur einen anderen. Und das ist Uranus. Und Uranus steht eben auch für Technologie. Uranus steht für Innovation. Uranus steht für Durchbrüche. Und Uranus steht für eine Beschleunigung auch der Zeit. Vor allem jetzt gerade mit Merkur zusammen, spüren wir, dass ganz viel Unruhe in den Energien sind. Es sind mit Uranus zusammen, der bringt wirklich das Potenzial für extreme Veränderungen mit sich und unerwartete Veränderungen. Es ist die Energie der Revolution. Und oftmals werden wir uns dann unterschiedlicher Glaubenssysteme bewusst. Und wir erleben das gerade so deutlich auf der Erde, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, ich habe die einzigste Wahrheit und nur meine Wahrheit ist wahr. Und das werden wir noch mehr erleben mit dieser Rahu-Auch-Jupiter-Konjunktion, dass auch neue spirituelle Gruppen sich eventuell herausbilden können. Auch vielleicht eine Art Weltuntergangssekte, wenn es diese nicht auch schon gibt. Mit Jupiter und mit Rahu im Zeichen Witter geht es auch um eine Hinwendung. Eine Hinwendung zu alternativen Heilmethoden. Denn das Zeichen Witter steht ganz stark mit dem physischen Körper, mit der Energie von Mars in Verbindung. Und dort werden wir neue Dinge erleben oder dass Menschen mehr interessiert sind, zum Beispiel an alternativen Heilmethoden, an Yoga, an Tai-Chi, an Homöopathie und vieles anderes. Und vor allem eben Energieheilung. Lichttechnologie. Ich habe schon in anderen Videos davon gesprochen, ist etwas, das kommen wird mit Tesla, mit freier Energie. Und das wird die absolute Revolution werden. Die Revolution im Bereich Heilung und Medizin. Und stell dir das vor, was das bedeutet für die Menschheit, wenn wir uns eben loslösen von der Pharmaindustrie, wenn Menschen keine Medikamente mehr brauchen, weil wir unabhängig werden von der Pharmaindustrie, weil wir vielleicht dann auch keine Impfungen brauchen und dieses Thema total nicht mehr relevant für uns sein wird. Wir werden zwar dieses Jahr noch einiges erleben, aber dazu mehr in anderen Videos. Ich habe in meinem kostenlosen Webinar bereits darüber gesprochen. Aber mit diesen Energien jetzt, mit Jupiter und Rahu, da geht es darum, dass wir Wunder erleben können, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Weil Jupiter sagt, Jupiter, der große Guru, der Wahrheitsfinder, er sagt, es gibt einen besseren Weg. Und mit Uranus zusammen ist das eben oftmals ein unorthodoxer Weg. Und das geht eben oftmals auch einher mit unerwarteten und explosiven Veränderungen. Und vor allem, wir haben gerade Merkur und Uranus, beides in einer engen Konjunktion im Zeichen Widder. Und ich habe darüber ein kleines Video gemacht. Das bedeutet, das Nervensystem ist gerade extrem getriggert. Und das bedeutet für viele, sie sind nervös, unruhig, sie haben ein unruhiges Verdauungssystem und sie haben einen unruhigen Schlaf zum Beispiel. Oder auch Hautausschläge sind möglich. Alles, wo es so um diese Energien geht, von innen nach außen, wo wir eine starke Reibung spüren und eben diese unruhige Energie. Rahu steht auch in Verbindung mit Illusionen. Und Menschen können damit eben oftmals falschen Idealen hinterherrennen. Und da ist es wichtig zu schauen, in deinem eigenen vedischen Geburtshoroskop, weil du brauchst dafür ein vedisches Horoskop. Was für ein Haus ist das Zeichen Widder? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch die anderen Konstellationen. Aber um da mehr über dich selbst zu erfahren, ist es gut, wenn du einfach ein vedisches Horoskop hast. Ja, aber was eben auch eine ganz wichtige Energie ist, die wir jetzt erleben, und das bezieht sich nicht nur auf den Juni, das ist durch diese Energien mit Jupiter und Rahu und Uranus, ist es eine Zeit des Erwachens. Widder ist ein Feuerzeichen. Und der Widder, der Feuer und der Mars, der steht auch für Spirit, steht für den Geist selbst. Anfang Juni haben wir noch eine bisschen schwierigere Konjunktion oder einen Aspekt von Mars zu Saturn. Und diese beiden Planeten, die vertragen sich nicht wirklich gut miteinander. Und das ist oftmals so wie Gaspedal und Bremse gleichzeitig gedrückt. Da geht nicht wirklich vieles voran. Ein Stück weit wie Freiheit gegenüber Bürokratie. Und gleichzeitig aspektiert Mars im Zeichen Krebs auch noch im gegenüberliegenden Haus Pluto. Und eine Mars-Pluto-Konjunktion ist immer explosiv. Und in dieser Kombination geht es oftmals um Gewalt, um Aggression, um Krieg, auch um physische Gewalt, weil Mars steht eben für den Körper. Es geht auch um Leidenschaft und Aktion. Und eben Pluto ist ein Multiplikator, ein absolutes Schwergewicht, wenn es um Energie geht. Und das macht eine sehr intensive Reibung vor allem. Eine Reibung, wo es darum geht, dass unterdrückte Gefühle und Emotionen nach oben kommen. Und eben manchmal auch auf eine physische und Gewalt, auf eine Art und Weise, die eben Gewalt mit zum Ausdruck bringt, durch Pluto. Als nächstes haben wir am 4. Juni einen Vollmond. Der findet auf 19 Grad im Zeichen Skorpion statt. Und auch die Skorpion-Stierachse ist unsere Geldachse. Und das Nakshatra, in der vedischen Astrologie haben wir die Mondhäuser. Das Nakshatra, wo der Vollmond stattfindet, nennt sich Chaysta. Und Chaysta hat einen Herrscherplanet, und der ist Merkur. Und mit Chaysta und dem Zeichen Skorpion und dem Vollmond, dort geht es oftmals um das Thema Verrat, Geheimnisse, Transformation, Skandale. Und dort haben wir in diesem Nakshatra einen besonderen Fixstern. Der nennt sich Antares. Und der wird auch als militärischer oder auch politischer Stern bezeichnet. Und oftmals geht er einher mit kriegerischen Aktivitäten. Und ja, das sind keine wirklich guten Aussichten, was eben diese Auseinandersetzungen betrifft. Und Merkur befindet sich eben fast exakt auf Uranus. Und das bringt eben oftmals unerwartete Events mit sich. Und ja, wir werden sehen, wie sich diese Energien ausspielen werden. Sie spielen eine Rolle im Leben von jedem Einzelnen, aber natürlich ebenso auch immer, wenn wir das Weltgeschehen betrachten. Und wo es eben in deinem Leben besonders wichtig ist, das kannst du in deinem Horoskop erkennen. Wir haben noch einen wichtigen Neumond am 19. Juni, und zwar auf drei Grad im Zeichen Zwillinge. Und der steht in Verbindung mit Neptun, denn Neptun befindet sich ebenso auf drei Grad und zwar vier Häuser entfernt. In einem harten Aspekt spricht man dann davon. Und Neptun hat eben sehr oft mit dem Thema Drogen zu tun. Und da werden wir auch, denke ich, einiges erleben, weil Menschen gerade mit diesen extremen Energieshifts und diesen extremen, auch negativen Emotionen, die gerade nach oben kommen, manche Menschen einfach einen Ausweg suchen und dann eben oftmals auch vielleicht den Weg der Drogen wählen. Und Neptun steht ebenso auch immer in Verbindung mit etwas, das zu Ende geht. Und eben sehr oft, wenn ein Neptun-Transit am Planeten aspektiert, eben oftmals auch mit dem Thema Tod. Ja, die Energien sind, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr feurig. Nicht nur im Juni, aber dazu dann mehr in den weiteren Energie-Updates. Und abonniere gerne meinen Kanal, wenn dich das interessiert. Und es können eben schnelle und plötzliche Veränderungen sich ergeben. Und die Welt scheint sich gerade, wie gesagt, im Turbo-Modus zu befinden. Und das gibt uns manchmal das Gefühl, dass wir gar nicht mehr richtig mitkommen. Als würde die Welt schneller sich drehen als wir selbst. So kann man sich das ein bisschen manchmal so wahrnehmen. Doch im Grunde ist immer alles gut, so wie es ist. Und mit diesen Energien geht es jetzt vor allem darum, diesen spirituellen Krieger in dir zu wecken. Die letzten Jahre ging es mehr darum, sich selbst durch das ganze Chaos zu finden und zu fragen, hey, wer bin ich eigentlich? Sich selbst neu zu definieren. Was will ich eigentlich in meinem Leben und was will ich nicht mehr? Es gab viele Veränderungen in vielen Beziehungen, viele in ihrem Freundeskreis haben sie Veränderungen für sich getroffen. Und jetzt, mit diesen neuen Energien, ist es wirklich eine ganz andere Energie, die wir jetzt erleben. Nicht nur, dass wir durch intensive energetische Shifts gegangen sind die letzten Wochen, ganz extrem. Und jetzt geht es darum, für dich einzustehen, aufzustehen, für deine Werte auf eine friedliche Art und Weise, indem du nicht andere disrespektierst oder verurteilst für ihre eigene Wahrheit. Das muss nicht sein. Jeder darf glauben, was er will. Bleib in dir standhaft. Finde deine eigenen Werte und beginne dich aus dem Schatten in das Licht zu trauen, dich zu zeigen, deine Meinung für deine Meinung einzustehen, auf eine friedvolle, aber auf eine sehr, sehr wichtige Weise, damit die Energien sich in dir widerspiegeln können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz energiegeladenen, aber auch einen sehr transformativen, Monat Juni. Teile dieses Video gerne mit anderen Menschen, abonniere meinen Kanal und ich freue mich auf demnächst. Ich liebe dich.